So meine lieben Leute, und da sind wir wieder bei lose Enden mit Ghost. Da ist unser Ziel. Okay, wer ist hier dabei? Scarecrow. Und wir sind nicht die einzigen. 1,41. Es geht los. Wow! Ja, Hinterhalt. Definitiv. Wow! Damit habe ich definitiv nicht gerechnet. Wow! Die gehen ab. Wow! Ja, kommt zielen. Durchrennen. durch ein dumme Idee was 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 ich lege mich diesen Typen zu Füßen ja gut, das fängt schon mal gut an boah, die Dinger sind fies ja Jo, Yeti, aber Moment, ich freu mich noch grad da hinten auf so geht das hier, Jungs jetzt wird hier aufgeräumt so läuft das nämlich hey Moment, du stehst noch die fahren hier aber alles auf, ich wollte eigentlich meine Waffen wechseln mal zu schauen, was ich noch dabei hab würde mich gern was anderes mitnehmen zwei Trucks verlassen das Zielgebäude die Trucks dürfen nicht nachvoll kommen verstanden, Vorsicht, feuere Trevelin ab Trevelin, Sett von der Straße scheiße zwei unterlegen boah Fahrzeuge wurden neutralisiert wir haben Makarov nicht gefunden niemand sonst hat es auch verlassen die Trucks könnten ein Ablenkungsmanöver sein rein hier rein hier das Haus gehört jetzt uns, ne? ist euch hoffentlich klar ich höre mir von unten auf das ist euch hoffentlich es ist ein Ablenkungsmanöver sein wie es ist das Liga? das ist die 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 Liga? Haha, geil Schon mir immer alles an Keller gesichert Verstanden, Keller sicher Büro sicher Ozone, sie sorgen dafür, dass niemand durch die Küche entkommt Roger Scarecrow, Lagebericht Niemand verlässt das Haus durch den vorderen Keller Ich sichere diesen Bereich, Roach Gehen Sie nach oben und überprüfen Sie die Räume Los geht's, los geht's Esszimmer sicher Was soll das denn werden hier Okay, cool Na dann schauen wir doch mal Hier muss er ja drin sein Oberes Stockwerk gesichert Verstanden, oberstes Stockwerk sicher Alles gesichert Klob bei mir sammeln Fotos, Scarecrow Roger Shepard, ihr Ghost Kein Zeichen von Makarov Wiederhole Kein Zeichen von Makarov Captain Price Irgendwas in Afghanistan Mindestens 50 Typen, aber kein Zeichen von Makarov Vielleicht hatten wir falsche Informationen Die dritte Information wird sich ändern Dieses Versteck ist eine verdammte Goldmina Verstanden Ghost Lassen Sie Ihren Trupp alles für einen Einsatzbericht einsammeln Namen, Kontakte, Orte, alles Macharov kann nirgendwo hin So soll es sein Das Evakuierungsteam kommt in circa 5 Minuten Holen Sie die Informationen Shepard, Ende Stalten Sie den Transfer an Makarovs Computer Ozone Sieh Sie schon hinten, nicht vorne, los Bin unterwegs Sonderkommando Price hier Es sind weitere von Makarovs Männern eingetroffen So, ich brauche Deckung Ich schalte den Typen da drüben aus und höre sie mit seinem Funkgerät ab Ghost Funkstille für ein paar Minuten Viel Glück da oben in Russland Price, Ende Roach, im Keller ist ein Waffenlager Bedienen Sie sich, solange es noch geht Makarovs Leute werden alles versuchen, damit wir die Informationen nicht bekommen Wir müssen die DSM schützen, solange der Transfer läuft Waffenvorräte nutzen und falls vorhanden Claimers platzieren Defensivpositionen, los Bereit zum Angriff Scharfschützen Team 1 an Angriffsteam Feindliche Helikopter nähern sich aus Nordwesten und Südosten Feindliche Helikopter in 15 Sekunden Verstanden 15 Sekunden Bin in Position Die Waffe ist sehr unpräzise Mir fällt gerade auf, dass ich noch eins gesagt habe hier Ich bin etwas sehr konzentriert gerade, weil ich das gerade sehr interessant fand Hehe, heh, Entschuldigung Fällt mir gerade so auf Ich bin gerade voll im Spiel drin gewesen Ähm, ja Wir sind drinnen und Makarov ist nicht hier Die Sau Klemers sind ja gesetzt Schon mal gut Was, Restzeit? 28 Minuten? Was ist das denn hier für eine Datenübertragung? Oder wie viele Daten haben wir denn eher da? Das ist eine bessere Frage Was ist das denn hier für eine Datenübertragung? Das ist einer Okay, das wird irgendwie nicht besser hier Ah, noch 4 Minuten, also jetzt hat sich's eingepindelt Ich darte mal schnell nach Schau mich mal gerade hier oben um Okay, es wird schon mal gespeichert Schon mal gut Raketenwerfer nähert sich von Westen Alles klar Raketenwerfer trug nähert sich von Westen Wir setzen westlich vom Haus weitere Truppen ab Wir müssen beim Wohnhaus steigen Westfranke sichern Wo ist denn Westen? Okay Positionsbeke ich ja Keine Schärfschützen Unterstützung für 30 Sekunden Scarecourt getroffen Wiederhole Scarecourt getroffen Wir haben keine große Unterstützung mehr. Das ist natürlich ganz schlecht. Ja. Große Feindkonzentration. Ein bisschen. Ich versuche sie zu dezimieren, bevor sie zu nahe kommen. Empfehle den Einsatz von Visierwaffen. Over. Habe ich dir gesagt, hab's getan. Verdammt, wie kommen die jetzt da durch? Das ist ganz schlecht. Das ist ganz, 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 ganz schlecht. Boah, verdammt. Okay. Wir brauchen, wir brauchen mehr Zeit. Der Positionswechsel hat scheinbar was gebracht. So, ihr könnt da weg jetzt hier. Ah, fuck. Ich brauche mal Laufen. Was? Nein. Ach, komm. Hier ist der Plan. Der Transfer ist abgeschlossen. Roach. Ich schütze dir aufzugaben. O-N-D-D-E-S. Der Transfer ist abgeschlossen. Roach. Ich schütze dir aufzugaben. O-N-D-D-E-S. Verwegung. Hier ist Schäber. Wir sind fast an der Landeszone Huuu, lauf Jo, bin unterwegs Ich lage gerade nochmal nach, um dich zu versorgen gleich Damit du hier auch vernünftig wegkommst Ich mach mich auf jeden Fall auch los Ich lasse niemanden zurück, wo bleibt Ghost? Oh, oh, okay Woah Wuuu Was? Was? Nein Werfer Nein Was hat mich erwischt? Hilfe Ja, Feuer, los, sofort Wir können auch noch was machen, ey Ich bin fast raus Den hab ich gesehen Prost Shepard Wir sind sofort hier raus Ne, der ist der General Da ist wenigstens das vernünftige Team Wir haben ja, was? Ja, was? Ja, was? Alter. Ghost. Jetzt verbrennen. Ne. Zu sch... Auch Price. Scheiße. Nicht nur wir sind am Arsch. Wag es dich, du Arsch. Wag es... Fuck. Wir werden gerecht werden. Der wird sterben. Verräter.